In diesem Video geht es um die besten gefederte Sattelstützen. Der Qualitätssieger in unserem gefederte Sattelstütze-Test geht an die Redshift Shockstop. Die Shockstop Fahrrad-Federsattelstütze ist das perfekte Upgrade für Ihr E-Bike, Gravelbike, Hybrid oder Rennrad. Verabschieden Sie sich von Ihrem wunden Hintern und den Schmerzen beim Fahren und sagen Sie Hallo zu mehr Kontrolle, mehr Vertrauen und einer super sanften Fahrt. Verschwenden Sie keine Energie mehr damit, Ihren Körper in der Schwebe zu halten, um Stöße und Vibrationen zu absorbieren. Diese stoßdämpfende Fahrrad-Sattelstütze ermöglicht es Ihnen, im Sattel zu bleiben und auch in anspruchsvollem Gelände weiter in die Pedale zu treten. Die Shockstop Fahrrad-Federsattelstütze verfügt über 35 mm abstimmbaren, extrem reaktionsschnellen Federweg. Das optimierte Viergelenksystem sorgt dafür, dass Ihr Sattelwinkel über den gesamten Federweg konstant bleibt. Stellen Sie die Vorspannung ein und tauschen Sie Federn aus, um Ihr perfektes Setup zu finden und die Sattelstütze an Ihren bevorzugten Fahrstil anzupassen. Dank der Standardgröße von 27,2 x 280 mm passt diese stoßdämpfende Sattelstütze auf alle modernen Fahrräder und ist in wenigen Minuten installiert. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die SR-Suntour SP12. Das Hardtail ist nach wie vor die Waffe der Wahl, wenn es um einfaches und effizientes Reisen auf Asphalt geht. Je öfter, länger und schneller Sie jedoch fahren, kann der Komfort der NCX-Sattelstütze der Schlüssel sein, um Sie auf die nächste Stufe des Vergnügens zu bringen. Mit ihrer Parallelogramm-Konstruktion dämpft die NCX-Sattelstütze unangenehme Schläge effizient ab. Mit 50 mm Federweg, drei verschiedenen Federraten, einfacher Vorspannungseinstellung und Edelstahlbuchsen ist die NCX-Sattelstütze ihre vielseitige Langzeitlösung für das fliegender Teppichfeeling. Der Preis-Leistung-Sieger in dem gefederte Sattelstütze-Test ist die Aron Spring. Diese aus hochwertigem Aluminium gefertigte Sattelstütze ist mit einer Spiralfeder mit insgesamt 40 mm Federweg verbaut. Diese sorgt bei einem Körpergewicht von 65 bis 120 kg für eine anpassbare und komfortable Federung und entlastet so erheblich die Wirbelsäule. Die Vorspannung der Aron Sattelstütze ist auf der unteren Seite mit einer M6-Inbusschraube einfach einzustellen. Durch Reindrehen der Schraube kann die Vorspannung der Feder erhöht werden. Dadurch ist die Federsattelstütze auch für höheres Gewicht geeignet. Die anschaulichen Montagevideos helfen dir, deine Sattelstütze ohne großen Zeithaufwand richtig zu montieren, um dir optimalen Komfort beim Fahren zu gewährleisten. Die Produkte von Aron zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. Die hochwertig verarbeitete Aron Spring Sattelstütze wird so zu einem treuen, langfristigen Begleiter. Zusätzlich wird dir die Sattelstütze sogar plastikfrei in einem Karton geliefert, um die Umwelt zu schonen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.